Ja, wenn alle dieses Level und dieses Skill an Selbstreflexion hätten, dann wäre es natürlich sehr schön. Aber ich gebe dir grundsätzlich recht, also das und um quasi das Ganze nochmal aufzumachen, auch quasi der oder die Mentorin muss sehr wohl auch mit dem Blick dann in sowas rein. Also die muss, die Mentorrolle muss stets den oder die Mentee im Vordergrund haben, bei den eigenen quasi weiteren Entscheidungen. Und genau das, was du gesagt hast, das muss im eigenen Werkzeugkoffer dann sein, weil mir muss ja dann irgendwie am Herzen liegen, dass die Person, die zu mir gekommen ist, weil sie Unterstützung gebraucht hat, dass ich die ja zur bestmöglichen Unterstützung weiterleiten kann. Und so macht tatsächlich vielleicht so dieses Verständnis jetzt für mich mehr und mehr Sinn, wenn nämlich ein Mentor oder eine Mentorin diesen großen Rahmen vor Augen hat, also eben von Supervision bis Training kann ich sozusagen alles anbieten, dann macht auch das wieder viel mehr Sinn, weil dann sage ich, ja okay, sorry, den Bereich können wir jetzt nicht gemeinsam abdecken, aber du brauchst den oder du möchtest den, dann können wir dort irgendwie woanders weiterarbeiten. Das finde ich eigentlich spannend, sich dem Mentoring-Begriff anzunähern irgendwie. Vielen Dank.